Ist es denn absolut notwendig, dass Sie hier bei Nacht und Nebel herumschleichen, wenn ich fragen darf? Miss Marple, nur weil ich Sie beim Herumschleichen beobachtet habe, schleiche ich ebenfalls hier herum. Das möchte ich nicht haben. Nichts als fragen, fragen und fragen. Bisher habe ich ja noch gar keine gestellt, Sir. Das war's also. Äh, was? Strich nie. Darf ich fragen, welche Richtung Sie nun einschlagen wollen, Inspektor? Der Fall legt Sie mich klar. Compton wurde von seinem Komplizen ermordet. Das dachte ich, dass Sie das denken würden. Typisch. Das ist alles nur Sie, wisst ihr? Hier? Da reden Sie über den alten Klabautermann, die ist ja noch viel schlimmer als er. Der Tod trat sofort ein. Uhrzeit ungefähr Mitternacht. Ursache, es stecken durch Erhängen. Leider falsch. Er ist zuerst erstochen worden und wurde dann an den Maske hängt. Ich schätze, da muss irgendetwas faul sein an Bord unserer Battle Door. Es ist ziemlich sicher für mich, dass wir nur einen Mörder zu suchen haben. Wir müssen rausfinden, wer gestern Nacht das Boot gestohlen hat. Das ist unser Mörder. Schaffen Sie mir endlich dieses Weib vom Schimpf. Was für ein Weib. Miss Marple, wen sonst? Das deutet nicht auf das Gehirn eines gewöhnlichen Verbrechers hin, der sich nur mit Diebstahl abgibt. Er hat beide umgebracht, Volley Hartwig und Compton. Und zwar aus einem Motiv, das wir noch nicht kennen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017